Ich bin Thomas Lange, Fleischermeister aus Schwerin. Du hast Bock im Fleischerhandwerk zu arbeiten, dann habe ich da was für dich. Unser Produktionsteam braucht Unterstützung. Uns gibt es seit 1878 in Herzens Schwerins. Wir produzieren 98 Prozent unser Fleisch- und Wurstwaren alleine. Das macht uns besonders stolz. Also, du kannst mit anpacken, dann freue ich mich auf deine Bewerbung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.